Hi lieben grüß euch. Heute möchte ich mal einen Abonnentenwunsch machen und zwar den Brasilien. Jutschi hat sich jemand gewünscht, den Abonnent. Der hat schöne Freispiele, den werde ich jetzt mal machen und zwar meinen geliebten 80 Cent. Schauen wir mal, ob die Freispiele fahren. Viel Spaß Freunde, ab geht's. Du wisst ja bei mir ein Stück her, werden immer mehrere Automaten bedient. Hier ist drüben auch schon noch mal 108 Euro drauf. Ich lasse nebenbei noch was durchballern. Schön wäre, wenn wir die Freispiele hier mal hätten. Da gibt es Reespin Feature und Freespin Feature. Ja sowas. Das hört sich mal kryptisch, mystisch an. Schauen wir mal hier oben. So jetzt haben wir drüben die Bücher Leute. Machen wir hier kurz einen Stopp. Auf 1,50 nämlich. Wollte ich sowieso zeigen. Jetzt schauen wir mal. Bonus Symbol. Blätter, Blätter, Blätter. Die Uhr? Naja, fast Top Symbol. Dreimal schön. So, Verlängerung wäre schön gewesen. So, Verlängerung wäre schön gewesen. 1,50. So, Verlängerung wäre schön gewesen. So, Verlängerung wäre schön gewesen. So, Verlängerung wäre schön gewesen. Ja, 1,50. Das ist jetzt nicht so der Mega Mega. Aber wir sind zuversichtlich und lassen noch mal ein bisschen nach. Schauen wir mal Brasilian Beauty wieder zu. So, wer Fragen noch mal hat zu den Automaten, schneiden wir es einfach rein, das ist schön. Ein netter Gewinn oder was haben wir da? Ah ja, das ist das Merkur Magie Deluxe 2018 My Top Game Paket, also im Vergleich jetzt relativ neu. So, ich stoppe den Balli malen, können wir da mit anderen Bildern das Spiel noch anschauen. So, ich gehe jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der mag auch noch nicht zum Echt da drüben, aber das ist auch normal, Leute, weil ich glaube, da hatte ich doch auch erst ein Video mit einem Haufen Geld. Dann ist es immer schwierig, bis sich das mal wieder ausgleicht. Macht nichts von dir, lass mal ballern und knall da noch was hinten dran, wenn was kommt. Wo jetzt? Schade.